was geht lieber fußball tormann freunde sonntag haben war ich fußball spielen und da zeige ich euch ein paar paraden viel spaß beim anschauen let's go auf jeden fall ist es ein sehr schöner abend gewesen und ja aufgrund der speicherplatz problem habe ich nur drei videos produzieren können aber naja das nächste schaue ich dass ich mehrere videos mache wenn euch das video gefallen hat drückt gerne daumen nach oben schreibt mal eure meinungen in die kommentare wie meine paraden waren und um nicht mehr videos zu verpassen abonniert meinen kanal ich wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut auf wiedersehen